Die Kinder gehen uns beiden gleich stark auf den Sack. Und im Falle der Trennung gehen sie nur noch einmal auf den Sack. Nämlich dem, bei dem die Kinder gerade sind. Das ist doch ein ganz faires Modell, oder nicht? Der Plan ist jetzt so. Die Kinder sind die Hälfte der Zeit bei ihrer Mutter, also bei meiner Frau. Und die andere Hälfte der Zeit sind die Kinder komplett bei meiner Mutter.